Vom Umtausch ausgeschlossen. Der Eltern-Podcast zum Buch von Katharina Pommer. Was Eltern nicht zu sagen wagen und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind. Wie wir als Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern können. Für eine erfüllte Partnerschaft, ein erfolgreiches Family-Business und eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern. Du willst dich mit echten Eltern austauschen? Dann werde Teil der Mindshift-Family und erzähle anderen Mamas und Papas von unserem Podcast. Denn auch für Eltern gilt, vom Umtausch ausgeschlossen. Von und mit Katharina und Norman.